Ich bin gepflegt, aber ich bin in Unterhaltung. Hier ist die Swazfall John wieder am Start, a.k.a. African Rhino. Und wir sind jetzt ins Gym und hinter der Kamera ist der Dennis Rattano, heute ist kein Markus. Meine Mehlpreppe habe ich dabei, jetzt ist kein Spaß mehr. Und ich habe... Das ist so wie, weißt du, so Sport-Warm-Gerl und so. Das mache ich in meiner Erbogen und so halt, weißt du was ich meine? Vor dem Training oder wie? Ja, vor dem Training. Ich habe meine Sea-Botta dabei, das nutze ich ein bisschen. Leute muss ein bisschen, das ist Sea-Botta. Kann man googeln, sehr wichtig. Das kann man nutzen für kochen, kann man nutzen für den Haut und so halt, weil... Ich bin so jemand, so slim wie Frau bin ich nichts, aber ich passe auf, dass ich in einer guten Haut habe. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist etwas, das macht die Skin und die Muskel soft, du weißt du was ich meine? Es ist so wie eine Massage-Creme. Du hast es vor dem Training? Ja, du hast es vor dem Training. Es macht die Muskel soft und es ist gut für die Skin. Es ist gut, dass wenn du schweißt, dass der Schweiz nicht rumbleibt. Du weißt, was ich meine? Es ist wie ein Wasser-Proof. Und... Ich... Heute habe ich neue PRB davor. Schmier dich erstmal ein. Und das riechst nicht so geil, riechst man. Weil es ist original, keiner kennt mich gar nicht. Also so muss Sea-Botta riechen. Ja, aber... Also ist nicht wie aus dem DM hier noch mit Vanille oder sowas, aber das ist echt Sea-Botta, das riecht schon gut. Heute ist Brust und Soldat. Aber erstmal Bank PR und so halt. Was ist denn dein bisheriger Bank PR? Zwei Appetit. Sorry. Ah, okay. Besserwertige Zug. Danke, ja? Ja. Tschüss. Aber das Ding, wie kannst du das nehmen? Ich riech nicht so gut. Äh... Ah, okay. Ja. Aber danke, ja? Ciao. Tschüss. Tschüss. Es ist normal, dass du ein bisschen flottest und so hast, aber musst du nichts machen. Appetit kann man nehmen, aber zu Hause wird gegessen. Ja. Das ist deutsch, weißt du, was ich meine? Was ist mehr wichtig, ist, du musst deine Kappe aufhören. Sehr, sehr wichtig. Das ist gefährlich. Man hat gesehen, mit meinem Unfall, obwohl ich damals viel mit 270 Kilo gespielt, aber kann immer schnell passieren, man weiß nie. Deswegen in dieser Stelle werde ich immer sehr gut aufwarmen und aufpassen halt, weil es gefährlich ist. Die beiden Menschen waren überrascht, dass sie die Guldener Kurzhandel 24 brüllen. Ey, das ist doch... schau mal. Tennis. John. Most strong bodybuilders, who are strong and on juice, können das nicht mal hochheben. Ich weiß. Jemand, der sehr stark ist, kriegt das hochgehoben und kann es vielleicht drei, vier, fünf Mal rudern. Ich weiß. Das ist jenseits von gut und böse, dass du das überhaupt... das ist abnormal. Ey, ich sag dir was, ich hab immer noch Muscle-Kater von den Rudern. Ich glaub, da ist ja kein Rudern mehr. Ich glaub, da ist was gerissen. Die Muscle-Kater ist normalerweise nach einer Woche weg. Aber was lustig ist, dieses Mal hab ich nichts von meinen Biceps oder oberen Rücken. Ich hab alles von meiner unteren Rücken. Weil am Ende das schwingt und so halt. Weil ich hab Knieschmerzen. Das heißt, ich hab nicht meine Beine ein bisschen benutzt. Ich hab meine Beine gestreckt. Nicht so... Komm, 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 komm. Komm, 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 alleine, alleine, alleine. Einmal. Easy, 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 easy. Weg mal. Stau stark? Ja, besser. Ich hab mich eingelassen. Aber du nicht, du nicht, du nicht. Ich glaub, der haut die 200 Kilo vor dir weg. Ja, echt stark. Erst stark als ich. Tausendmal. Sehr stark. Ja. 180, oder? Ja. Überleg mal, eine Mädchen helft dir. Weißt du, was ich meinst? Und du bist so, dein Kopf ist hier und du hast diesen Rauch und so. Weißt du? Drei Tage nicht genug Rauch. Das richtige Booster, glaub mir. Daran hast du gedacht, als du bei mir zwischen den Beinen warst? Nein! Nein! So. Easy, easy. Easy, John. Du hast die Ellbogen-Sleeve und du hast die Raps. Und die Raps sind immer, wenn ich schwer drücke, dass ich mehr Stabilität habe. Weil das ist nichts mehr, das mache ich nur, dass mein Ellbogen warm ist. Weil ich habe Ellbogenentzündung seit sechs Jahren. Hallo, hier ist Schwarzwald John und heute trug ich 110 Kilo. Das erste Mal in meinem Leben. Was passiert? Wir haben mitgemacht. Das ist gefährlich für die Schulden. Ja? Nee, nur einer muss raus. Diese Amateure hier? Ja. Easy. Easy, bro. Komm. Komm, John. Let's go. Nice. Easy. Let's go. Easy, easy. Easy. Aber wie hat dich angefühlt? Nichts mehr. Einfach ein bisschen Angst und so. Seit meiner Verlecksung ist mein Kopf immer hin und her und so halt. Pass immer auf. Let's go. Let's go. Easy, easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy, bro. Easy. Hass. Easy. 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 Go, boys, go, boys. Oh, Jesus Christ, man. Fehlen Sie ein bisschen was, oder? Kein Kilo, 500 Gramm sein. Du greifst aber auch sehr eng. Und der Trittis muss dann am Ende halt schon noch viel rausholen? Ich habe versucht, nichts geklappt oder so, aber ich denke, fehlt nichts viel. Er hat nicht sehr viel gefällt, nur ein Lockout. Deswegen in diesem Sinne, jetzt werden wir erstmal den Soldat ballern, vier versiedene, fünf versiedene Übungen. Dann machen wir nochmal Brust, denn ich werde bearbeiten, weil bei mir Lockout fehlt. Ich habe Übung für Lockout, das heißt, ich muss den Boden kurz handelt drücken. Sehr gut für Lockout. Ja, Floor Press. Und dann schneiden wir es euch. Und dann drücken wir es an. Aufhören Sie aufhören Sie. Soll ich das nicht. Soll es dir. Soll ich es dir? Soll ich es dir? Soll ich es dir. Und dann gut. Soll es dir. Soll ich dir, Kaufer. Komm, easy, easy, bruder. Kämpf. 10 more, 10 more, 10 more. Komm, easy, easy. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter, du bist so, jetzt muss ich auch schön kattieren. Ich habe eine Frage. People talk about Muskel failure. What I think is technique failure. Die meisten Sachen, weil sie hier sehen, das ist keine Muskel failure. Wie meinst du? Like, if I do, boom, boom. Und irgendwann kann ich nichts die richtige Ausführung machen. Das ist keine Muskel failure. Das ist Technik failure. Ja, das hängt von der Übung ab. Manche Übungen, klar, kommst du nicht richtig richtig an den Muskelversagen, bei anderen schon. Wenn du jetzt Shoulder Press an das Miss Machine machst, ist es anders als Seitenheben. Boy, I think Muskel failure is overrated. Was overrated ist, dass du jeden Satz ans Versagen trainen musst. Aber du musst schon nah am Versagen dran sein. Also the last reps before Muskel failure are the ones that weren't. You can have Muskel failure, weil die Ausführung sieht immer noch gut aus. Aber wie gesagt, ich bin nicht jemand, die so Praktiker hier, weißt du welch mal. Nee, nee. Aber was wichtig ist, und ich denke, dass du es auch wie du, natürlich machst. Du trainst hart. Ja. Du machst nicht, du kannst 20 reps machen, und nach 10 Uhr stoppen. Weißt du? Du kannst 20, vielleicht stoppen du 18 oder 19, aber du gehst nahe. Das ist halt das Wichtige. Boy, weil ich ein Nummer in meinem Gehirn habe. So was für den Goldene Kurshandel. Leon hat 23, und ich habe 24 in meinem Kopf. Dann... Ja, aber das ist... Ey, ich könnte mir auch 30 in den Kopf setzen. Ich würde es trotzdem nicht in den Kopf bekommen. Ja, ja. Drei Sekunde gehen, aber... Du weißt, da ist etwas, was wir als Manifestation nennen. Du weißt, was ich meine? Deine Gedanken manifestieren dein physisches Leben, du weißt. Also, ich habe es in meinem Gehirn für Wochen, 24, 24, 24, dann kommt es zur Realität. Probier ich mal. If you don't believe me, hab jeden Tag in deinem Kopf, ich werde Millionär, ich werde Millionär. Ey, ich mache jetzt 30 mal 150 Kilo. Das wird... Das ist meine Neffe Samuel. Das ist ein Superstar. Ich bin kein Superstar. Ich bin ein Unkul-Kunni. Nein, ich bin ein Superstar. Ja, du bist ein Superstar. Ich weiß. Ah, nichts bei dir. Heute wieder als Fashion Influencer unterwegs, ja mit PSG. Ja, Mann. Ich bin echt immer frisch, weißt du. Ja, viel Geld. Ich farte jetzt mit der Ausbildung. Ich bin in Gespann in Gambia. Wenn du mit Arbeit anfangen, deine erste Lohn, musst du das verteidigen. Deine Mama, Papa, Onkel, Siblings und so. Ich bin gespannt. Ende Monat, was macht er? Ich drücke das an. Ich gebe dir alles. Wie läuft Training? Super. Zeig mal deinen Formcheck. Formcheck. Aha. Aha. Da wächst was, da wächst was. Ja, ich glaube das ist ein 40er. Mit meinen Soldaten fange ich immer mit Seidheben und so. Das ist gut. Ich habe wirklich warm-up. Ich habe ein Blutflues in meinen Soldaten. Ich habe viele Injuries. Ich muss also mit Isolation. Ich beginne immer mit Isolation. Ich beginne immer mit Isolation-Movements, bevor ich mit Compound-Movements. Mit Compound-Movements, ich mache es meistens schwer. Mit Isolation-Movements, ich mache es nicht schwer, aber so kann ich das Muscle mehr. Also die 40 Kilo Isolation war jetzt nicht leicht, würde ich sagen. Für mich bin ich Untertitel. Ich sehe mich nicht als Influencer, wo Menschen was von mir lernen. Ich weiß es nicht. Ich komme von einer Welt, es ist anders wie hier. Hier kann man sein, was man will. Du hast alle Möglichkeiten, du hast alle Dörungen. Ich habe meine Diät und meine Disziplin verändert. In weniger als zwei Monate habe ich angefangen. Weil alles ist für mich. Die ESN und meine Management-Team sind für mich. Es ist alles auf mich, um mein Habit zu verändern und alles zu verändern. Du musst mir helfen, und rauszufinden. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, raus. Ich muss Tee machen, unbedingt. Okay. Ich muss Tee machen, ich muss Tee machen. Eins, zwei, drei, vier. Let's go, let's go, let's go, let's go. Fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay. 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 It's going to decrease. Okay. Okay. So und, okay. So掰掰. Was ist denn? Was möchtest du, Dennis? Du möchtest, dass ich meinen Freestyle mache, mit meinen Dönnen oder du möchtest, diese Disziplinierung, die ich jetzt sehe? Und wir fragen uns, was sie möchten. Ich will den disziplinierten Schwarzwald schon sehen, weil ich weiß, dass da sowohl von der Form als auch leistungsmäßig noch so viel drin wäre, alleine wenn du mal so einen richtigen Kraftplan machen würdest, so einen 5-3-1 oder sowas, wo du wirklich nach Plan mal sechs Monate wirklich Kraft aufbaust. Da würden die 220 fliegen! Ja, aber auf mir hat das Spaß gemacht. Aber es muss dir Spaß machen, ja genau, das ist der Knackpunkt. Ich liebe dieses Freestyle-Training, weißt du? Ja, am Ende muss das sein, was für dich wichtig ist. Jetzt mache ich die Floorpress, weil ich habe bei der 210 Kilo verkackt. Das wird mir helfen, wegen der Lockout. Sehr gute Übung. Wenn du Probleme hast mit Bankdruck und Lockout, mach mal das, das hilft. und so halt. Aber, ich zeig dir ein paar Techniken hier. Also hier, und nichts bouncen. Kontrollieren. Kopf runter. So. So. Die Ellbogen darf nicht zu. Die Ellbogen muss ein bisschen rein hin. Weißt du welche? Und dann, runter kontrollieren, absetzen. Let's go Coach John. Ich bin kein Coach. Ich bin kein Coach. Ich bin kein Coach. Hier muss man nichts bouncen. Wenn du bouncest, ist es einfach. Wenn du absetzt hier, dann hast du jedes Mal, so wie ein neuer Start. Weil diese, weil diese, weil diese, weil diese, weil diese, nur die oberen Neusten. Weil die untere, das ist, das ist, das ist, das ist, Das ist, sehr anstrengend. Das ist, wenn du auf dem Boden bist, manche kommen bis hier und hier. Wenn du ganz auf dem Boden bist, ein paar Sekunden und wieder raus. das ist, auch so. Ich habe mit all den Tränen, das war krass. Wir haben in jeder Übung zwei Sets gemacht. Das war unter 45 Minuten, du bist fertig. Aber das war wie, ich traine richtig hart. Ich traine vier, drei Stunden ins Gym, aber diese 20 Minuten mit all dem? Das ist der Unterschied, wenn jemand mit einem Hammer und einem Nagel klopft 20 Mal und haut daneben oder ein Schlag und drin. Aber nicht jeder Profi-Trainer auch so. Da ist noch nichts wie ein falsches Workout. Ja, ja, kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass Leute trainieren und sie denken bereits, dass ich die Details trainieren muss. Erstens musst du eine Basis bauen. Bevor du Bankdrucken machen im Gym, du sollst erst mal 50 Puss-Obs machen. Bevor du Lack-Pulldown machen kannst, du sollst Pull-Obs machen. Bevor du mit Kurzhandel drucken, du sollst eigene Kappa-Gebis-Tipps machen. Weißt du das, wenn du jeden Tag Eiswürfeln nimmst? Eiswürfeln. Und in deiner Eier, wie heißt das? Wie heißt das? Reiben? Nein, Reiben. Achso, drum wickeln. Drum wickeln. Und lass, bis das Eis meldet. Wo hast du das gehört? Ich meine, das ist Angst. Wo hast du das gehört? Ja, ich meine. Wo hast du das gelernt? Ich hab selber probiert. Und das hat das Testosteron erhöht? Das ist unglaublich. Und wie hast du dein Testosteron gemessen? Hast du das an der Härte deiner Morgenlatte gemessen, oder was? Das ist unglaublich. Das sind wissenschaftliche Methoden, die wir brauchen. Wenn ich aufstehe morgen, ich krieg ne Standard. Ich mach so Gung-Gung, das mach so wie Metal. Gung, gung, gung. Ich hab das seit ich Eisbaden gemacht. Nach dem Eisbaden wickel ich, ich hab Eiswürf und Dinge in mein Kuh gefreert. Nehm ich vier Stück und wickel ich das mit meinen Eiern. Ja. Because it's just like, it's just like, you have to understand something. You know, when the sperm is in a low temperature, they have time to grow. Ich will paar Supplements von Afrika herbringen. Ist gut für hoher Testosteron und so natural wie Agara. Ja, was? Einer nutzt die Fette. Kennst du Fette? Ich kämpfe halt, ja? Ja. Gib einem Medikament in Afrika. Kannst du ein Standard haben wie ein normaler Fett. Also, Training vorbei? Ja, Training vorbei. Formcheck. Wie ist das aktuelle Gewicht? Äh, 102, 103 und so. Das ist so dein Wohlfühlgewicht, oder? Also das ist so... Du kennst mich mit 86. Nee, aber du bist ja schon lange so. Immer so 100 irgendwas, 102, 102. Ja, weil ich abends zwei Bier trinke und so halt. Gefangen einfach so. Die Bank trocken ab meiner... Meiner Dinge, wie heißt... Meiner Latismus? Einfach... Gut, oder? Besser wie... Also die Posen werden besser und die Form ist auch deutlich besser. Aber noch 10 Kilo muss weg oder 12 Kilo. Ja, das hängt davon ab, wo du hin willst. Aber so 10 Kilo weniger wäre schon krass. Gehen wir mal einen Schritt weiter nach vorne? Ja, ja, so. Mal die Schulterblätter runter. Krass, 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 krass. Richtig, richtig fleischig hier. Schritt nach vorne. Ich habe zwei Dinge in meinem Kopf. Ich will mehr konzentrieren auf meine Kraft. Ja. Aber gleichzeitig, ich will ein bisschen schöner Kappe haben. Aber dann weiß ich nicht, was ich hin will. Ja. Aber diese Kraft ist die Dinge, die mir richtig Spaß macht. Mhm. So, die Goldener Kurshandel zu rudern, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und nächster Monat will ich 100 Kilo Kurshandel drucken. Und das wird mir sehr, das macht mir Spaß einfach. Aber ob ich 6 Bucks brauche oder, das macht mir keinen Spaß. Ehrlich zu sagen. Ja, dann musst du auf dein Herz hören. Hier ist der Ernährungsplan von William. Ich sehe Deutsch immer noch. Obwohl ich seit drei Wochen keine Formbild gesiegt. Aber er fasstiert, er ist Polen. Was gibt es? Pasta, Chicken, Broccoli. Ja, ein bisschen Schwiebel und so. Und ISN-Oil, weißt du. Ich habe keine normale Öl benutzt. Ach so, clever, clever, clever. Kann ich ein bisschen Kalorien sparen, oder? Sehr gut. Aber ehrlich zu sagen, ich mache das jetzt über zwei Monate. Diese Hähnchen kann ich nicht mehr sehen. Bitte unterstützt mich mit meinem Code Rhinow, sonst werde ich in den Knast landen. Schulden beim Jugendamt. Nein, Spaß. Bei der Code Rhinow kriegt man richtig Fata-Fata-Rabat. Ich danke jedem da draußen. Ich hoffe, dass das Video kommt gut an und so halt. Just for entertainment purpose. Don't get offended. If you get offended, write me private. We can meet private and talk about it. In a good way. Ich bin sehr lieber Boga. Ich bin kein Släger-Typ oder irgendwas. Also, wir sehen uns morgen beim Eisbaden. Boah. Sag ehrlicher Meinung. Wie viele Minuten denkst du, ich kann machen? Sag ehrlich. Bestimmt 15 Minuten. Wie sagt man Tschüss in Italienisch? Arrivederci. 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 Tschüss. Nufananthi Giamma. Nekanitijama, jenieb. Goodbye. Goodbye. Goodbye.